hallo ihr lieben nach deutschland nach all diesem wahnsinn gibt es jetzt wieder was schönes zu berichten mit hilfe von gästen haben wir jetzt wirklich einen neuen elefanten gekauft warum also erstens ist es jetzt vielleicht die zeit auch elefanten zu kaufen weil sie wirklich nur die hälfte kosten aber das ist gar nicht so der grund sondern ich brauchte einen elefanten da so ein bisschen zwischen den kälbern den jungen kühn und dem fussy ist oder so und dann hatten mir das angebot die meckermie zu kaufen das hat sich dann zerschlagen und das geld war da und dann habe ich sie gekauft ihr seht wir haben eine sehr sehr große truhe gekauft und die wenn man ja und einfach eine tolle sache also herzlich willkommen sie ist 38 wenn man jetzt mal davon rechnen dass vier jahre die vier vor vielen jahren vor vier jahren die papiere noch nicht so geschrieben haben wird es wahrscheinlich zwei und vier zu sein jetzt wollen wir mal gucken wir haben heute das erste mal sich vergesellschaften ja und es gibt dann noch ein paar bilder und facebook gell in diesem sinne ihr lieben bleibt bitteschön gesund passt euch auf ja kopf und kopf salatik ab